Lass es geschehen, YouTube. Herzlich Willkommen. Heute sind wir mit ChrisomatikMTS und ich erkläre euch heute in dem dritten Tutorial die fünf verschiedenen Klassen. Ich werde euch dazu jetzt kein Videomaterial zeigen, aber ich werde euch die fünf verschiedenen Klassen erklären. Ihr könnt hier oben nämlich auf Götter gehen und hier auf dem Filter runterscrollen und dann seht ihr schon die fünf verschiedenen Klassen. Es gibt Assassinen, Krieger, Beschützer, Magier und Jäger. Fangen wir mal bei Jäger an. Jäger sind Typen, die mit ihren basischen Attacken angreifen können. Also das heißt, ich bin nicht wirklich sehr stark mit dem, ach scheiße. Nein, sie sind, lass mich mal erklären, also Hunter, aka Jäger, Jäger, das heißt im englischen Hunter, sind Charakter, die mit ihren Basisattacken, also mit den ganz normalen, wenn wir jetzt die linke Maustaste drücken und da kommt so eine Basisattacke raus, die schießen halt, weil die halt auch auf Range basieren, also auf Ferne basieren, das heißt die können sehr weit schießen mit ihren Basisattacken. Damit machen sie halt den meisten Damage anstatt mit ihren Fähigkeiten und das sind ganz grob erklärt Jäger. Apollo gehört auch mit dazu, zu der Jägerklasse und das sind die halt. Bei den Göttern könnt ihr das dann halt hier unten sehen, das sind die Jäger, die bis jetzt verfügbar sind und die dann auch auf der Duo-Lane gespielt werden sollen. Und man geht mit dem Jäger zusammen immer mit einem Beschützer auf die Lane. Beschützer haben einen nicht wirklich hohen Schaden, können aber den Gegner extrem stören. Das heißt, man kann mit Jemith zum Beispiel einen Gegner für kurze Zeit einfrieren, der dann bewegungsunfähig ist. Oder man kann mit Gap zum Beispiel eine Welle auf den Boden schlagen, dass der Gegner kurze Zeit hochgeschlagen wird, ein bisschen in die Luft und sich dann nicht fortbewegen kann. Und so weiter und so fort. Das sind halt Beschützer. Natürlich sind die Beschützer dann auch dazu da, den Jäger bzw. die ganzen Teammates zu beschützen. Nicht die Teammates, sondern die Gruppe, also die, die alle mitspielen. Das heißt, genau, die Beschützer sind halt dazu da, den Jäger, mit dem sie auf der Lane sind, zu beschützen, weil der Jäger doch sehr, sehr schnell sterben kann, wenn er von vielen Gegnern attackiert wird. Ganz wichtig. Das sind Beschützer. Dann kommen wir zu den Magiern. Magier basieren auf magischen Schaden und können auch nur magische Items kaufen. Das heißt, Magier machen mit Fähigkeiten sehr viel Schaden und nicht mit ihren Basisattacken. Das ist ganz wichtig. Also, wie soll ich das erklären? Ich würde jetzt zu euch sagen, die bursten Gegner down. Das kann ich aber hier nicht sagen. Also, die machen mit ihren Fähigkeiten so schnell so viel Schaden, wenn die getroffen werden, dass man einen Gegner sehr, sehr schnell töten kann. Das sind Magier. Man muss aber auch dazu beachten, dass sie die Schwächsten im Kampf sind. Das heißt, sie halten überhaupt fast gar nichts aus. Ja, sie halten, genau, sie halten wenig aus, sind aber dafür ziemlich stark. So, und dann gibt es noch die Krieger. Die Krieger sind wie, also so eine Mischung aus, warte, bevor ich die Krieger erkläre, gehe ich erstmal zu den Assassinen, damit ihr das versteht. So, das sind Assassine. Assassine sind sehr, sehr weiche Ziele. Soll bedeuten, man kann sie sehr, sehr schnell töten. Aber Assassinen haben die Fähigkeit in einen Kampf, wohl überlegt aber reinzugehen in diesen Kampf. Sie können ein bestimmtes Target fokussieren und das in kürzester Zeit extrem schnell töten. Was wir mit Target meinen, ist eine bestimmte Person. Ein bestimmtes Ziel, das ihr anwählt, was ihr vielleicht töten möchtet, das geht mit Assassinen extrem schnell. Weil Assassinen sind extrem stark in diesen Sachen. So, und dann kommen wir auch schon zur letzten Gruppe. Das sind die Krieger, die auf die Solo-Lane gehören, normalerweise. Die gehören auf die Solo-Lane. Krieger ist eine Mischung aus Assassine und Beschützer. Die haben sehr, sehr hohen Schaden, halten sehr viel aus und haben auch gute Fähigkeiten, um Gegner zu stören. In der Bewegung oder im, ja, wie soll man das richtig, also in der Bewegung, man kann sie halt in allem stören. Man kann sie slowen, also slowen bedeutet, man verlangsamen, genau, und so weiter und so fort. So, das sind die fünf verschiedenen Klassen, die es gibt. Und für jede Klasse gibt es halt immer eine Rolle. Also Krieger gehören normalerweise auf die Solo-Lane. Das haben wir in dem zweiten Video gelernt, was die Solo-Lane ist. Auch anhand der Map habe ich es erklärt. Genau, die kurze Lane. Und die Jäger und die Beschützer, die kommen auf die Duo-Lane, also auf die Zweier-Lane, wo die zusammen dann versuchen, diese Lane zu gewinnen. Die Mages, genau, die Mages gehören optimal normalerweise in die Mitte. Kann man nicht verfehlen. Und machen dann da ihre Aufgabe. Und die Assassinen sind meistens die, die in den Jungle gehören. Das sind so die verschiedenen Sachen. Ich könnte jetzt noch direkter darauf eingehen und immer einen Charakter picken und da was zu erklären, aber dann wäre das kein Anfänger-Guide, dann wird das schon wieder in das Intensive gehen. Das sind die fünf Rollen, die es gibt, die ihr besetzen könnt. Und ich wünsche euch viel Spaß bei Smite und wenn ihr dieses Video, wenn euch das Video gefällt und auch ein bisschen geholfen habt, gebt dem Video einen Daumen hoch. Unten in der Playlist, da ist so eine Playlist, da gibt es einen Link, da könnt ihr draufklicken. Da findet ihr dann alle Tutorials, die ich bis jetzt gemacht habe. Und dann noch ein Stück weiter unten. Da könnt ihr Smite auch ausprobieren. Dann könnt ihr auch mit mir zusammenspielen. Ihr könnt mich adden, ich heiße Labi in Game und dann steht dem Spiel zusammen nichts mehr im Weg. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis dann. Ciao.